Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir in der Prime League gespielt. Unser erstes Team war die Bastelgruppe. Wie das Game ausgegangen ist, das seht ihr jetzt. Viel Spaß. Komplett lauter, damit uns das Ohr noch explodiert. Wir sind echte Athleten, Jungs. Beziehungs, es war komplett auf dem Thema vorbei, aber egal. Einfach kommen wir nicht. Einfach kommen wir nicht. Okay, also putt denen erstmal... Einfach mal ein bisschen was passieren kann, ist, dass die Zoe gehen. So, okay. X-Eye. X-Eye, okay. Ein Meliona? Hm. Ja. Nautilus. Nautilus. Äh, Sylas. Aua, aua, die Ulls, die tun jetzt schon weh. Sei confident, sei confident. Willenskraft. Boah, ich hab... Ich hab Angst gegen Sylas. Das... Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Ich hab Angst, 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 ich hab Angst. Wir wollen das früh beenden, dann Thumb Cage. Wir wollen das früh beenden. Deswegen Thumb Cage. Ja, ich bin late gekommen, Digga, ich hab den ersten Minion nicht. Over. Topline, over. Hehehe. Nächste, Oma, bitte. Hehehe. Hehehe. Wenn du back gehst, war dich im River, ja? Schön. Hehehehe. Solo Bolo. Persekt, aber... Ich bin Six, ich bin Six, ich komm nach unten. Ja. Und wir im Fight, wir im Fight. Zum Beispiel. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Wir turnen das, wir turnen das, wir turnen das. Hopp, 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 hopp. Der war zwar gerade bis back gegangen, aber keine Ahnung. Oh, das ist schon 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 schon. Oh mein Gott, tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Cam kommt gleich, Cam kommt gleich. Mhm. Haben wir draped? Ja, ja, hier ist... Ja, aber gut, alles fein, alles fein. Alles fein, alles fein. Hier ist noch ein Dings. Dings ist ganz cool heal. Wir machen Drake. Will den haben wir feio. Alles gut. Das ist back. Wir müssen 200%. Jhin hat ult, ne? Ja, das ist die Kassenfamilie. Ach, ich muss runter. Stimmt. Es tut mir so leid, dass ich so spielen muss. Es tut mir so leid, ne? Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es tut dir gar nix leid. Es ist so assi mit Tabu und Tabu, Baba. Es tut dir gar nix leid. Hab ich es nicht? Da rein, da rein, da rein. Na, Nasus ist auf jeden Fall back. Ja, wir machen los. Nasus ist immer noch back. Also, vielleicht kommt er. Ich bringe es zu uns. Äh, Dings kommt auch. Nasus. Ja, gut. Pass auf. Naja, sorry. Pff. Welp. Vielleicht erstes Mal Xayah den Kills können versuchen. Ich wollte sie nicht klauen. Wollte ich wirklich nicht. Ja, ja, alles gut. Boah, schöner. Das ist ein Drake, das ist ein Drake. Das ist ein Drake, das ist ein Drake. Können wir so nach hoch zum Harald rotieren? Nein. Keine Ahnung. Pass auf, wir alle. Wir müssen jetzt Harald-Player irgendwo machen. Ja, ja, ja. Bordzeit. Ich komme schon Bordzeit. So, 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 so. Tam, tam, los. Los geht's los geht's. Ich hab den Cannon gebisst, weil ich so kiss. So schworenblick. Oh, scheiße. Du hast den Scheiße dazu gemacht. Du hast den Scheiße. Du hast den Scheiße. Okay, gut Shit, gut Shit, gut Shit. Alles kommt runter. Alles kommt wunderbar. Okay, er kommt doch nicht. Er hat sich kurz um entschieden. Er lässt noch durch. Das ist trotzdem Huge. Das ist Huge. Aber Inhip sollten wir eigentlich nicht nehmen. Ja, scheiß drauf. Ne, 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 ne. Ja, der Harald nimmt's. Ne, ne. Was machen wir? Oh, Catch, Catch, Catch. Oh, maybe. Warte mal, ne E, W. Ich weiß nicht, ob die W reiht. Oh, lol. Ja, komm, 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 komm. Good Shit. Wichtig, wichtig, wichtig. Oh, schade. Ich kann ihn lecken. Ja. Ich kann ihn lecken. Genau. Nein, 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 nein. Ich hab Top Dingens. Nice. Ich hab Tuge geficked, ich hab geticked. Ich hab Getek. Du schämpe. Nagar, der Damage. Die wissen halt das wir machen. Was macht der da? Warte mal. Spiele Zeit. Spiel Zeit. Nein. Er hat geghostet. Er hat geghostet. Ich komm nicht hinterher. Ich bin fett und langsam. Und geslowt. Das ist hier hinten. Bus. Bus. Der TP ist doch schon raus. Nein. Er juket euch. Na. Okay. Ich move jetzt langsam. Barron. Barron. Die sind beide unten. Die sind beide unten. Okay. Es schlieb. Hilft AP. Hilft AP. Kein. Hat wir trotzdem irgendwie. Oh. Ah. Da sind wir. Da sind wir. Oh. Er ist tot. Er ist tot. Hallo. Minecraft. Ich wollte eigentlich ulten. Diggao nicht. Äh. Oho. Ich habe den Nasus. Ich habe das Problem. Ich habe das Problem. Ich habe das Problem. Okay. Okay. Let's go. Let's go. Ja. Ja. Ich kann mit Trostana Blitzhook dodge. Ja. Ja. Dann hook ich halt keinen Minion. Weil ich durch die Minions hook. Nee. Ich bin los. Ich habe ein bisschen. Ich habe ein bisschen lang. Master Yi. Hä. Hä? Natürlich wird sein Master Yi gescreened. Okay. Ja. Ist ja ein Leipzig Execute. Okay. Wolli top. Wolli top. Wolli top. Also. Aniwi hat aber richtig gegen. Wegen Master Yi und so. Ja. Ja. Wir müssen sie. Also. Du hast genug Zeit. Wobei der Master Yi fickt mich halt. Ich muss so klein, dass wir da hochkommen. Die Hälfte des Streets. Ja. Außer bei der Master Yi. Also wir aber nicht. Ah. Wolli. Oh ja. Outplay Button. Oh. Juuu. Kein Outplay Button. Schade eigentlich. Tja. Er spielt halt nicht das was er kann. Sondern das was. Gegen dich halt. Gut ist so. Macht auch keinen Sinn so. Oh leih. Oh leih. Oh leih. Oh leih. Ich mach die E. 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 Wo sind die? Warte. 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 Ich mach das in. Nein. Du hast noch der Blitzcrank. Der Flash oder? Oh mein Gott. Der Arme. Der Arme. Jungs, Becken wird überbewertet. Ja, Becken wird auch wieder überbewertet. Ja, ich kaufe mir gleich so ein Rejuvenate Beat. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, Junge. Rejuvenation. Rejuvenating oder was du denn? Ja, ich muss noch ein bisschen chillen hier. Er kommt noch Zeit, er kommt noch Zeit. Wo ist das? Ähm. Hey, ich muss rave ein, oder? Schön. G hat das hier. Topside. Oh, ich habe hier so eine dicke Wave. DOS HOLD, DOS HOLD, DOS HOLD. DOS HOLD. DOS HOLD. Oh, die Wave ist noch da, wie geil. Mach mal Control Ball Deck. Habe ich jemals gesagt, ich bin Brogan? Da ist immer noch Master Yi, ne? Das ist ein bisschen die Scheiße, Leute. Holt Plate und geh dann zu Summit oder so. Ne, ich hol Tower. Easy. Hast du sie gerade rausge-ultet? Ich bin auch ge-ultet, sie ist rausge-ultet und geflasht. Oh, Master Yi ultet Reion, Ligger. Ich hab ja auch immer ne Bombe auf Blitzkrieg ge-plastet. Ich hab ja auch immer ne Bombe auf Blitzkrieg ge-plastet. Hehehe. Ey, tu einfach farmen jetzt. Hey, was macht ihr? Oh, ich brauch noch 2 Mio. Sao strong. Ähm, Yi kommt und Woli wird auch kommen in jeden Moment. Ich hab leider in 30 Sekunden. Das ist der Yi mich fokust gerade. Woli, ist Woli schon da? Ja, Woli ist da. Nice. Oh, Digger. Ich gehe zum Herald. Was? Was? Oh, das sind eh Hint. Jungs, soll ich hoch tp'n? Ich kann Drake tp'n. Soll ich zu euch tp'n? Hehehe. Ja, ich laufe derweil überhaupt nicht rein. Ich weiß, wie du meinst. Ich weiß, wie du meinst. Heiner. Hehehe. Oh, wie. Hab wohl ihr abgebrochen? Ich hab dich gerade außer See getroffen. Hehehe. Weil er reingehört. Hehehe. Ja, ja, ja. Eine Sekunde, eine Sekunde. Oh, ein Tibi. Warte, warte, warte. Auf dem Minion, auf dem Minion, auf dem Minion. Oh, war knapp. Es war sauknapp. Ich hab grad panisch. Also, ich hab ihn einmal abgebrochen. Und er ist jetzt erst da. Hey. Er hat auch Hartz-Zielen, mein Junge. Tabata. Ich seh nichts, Schwarzbildschirm. Ich muss auf OBS gucken. Densig, hilf! Jawoll. Figi. Figi. Alter. Hätten die den Stream geguckt, hätten sie gesehen, dass wir beim ersten Dings auch schon Pro-Eck-Dings hatten. Boah, was, Alter. Dinger, ich hab die Runde nichts gemacht. Ich hab Farming-Simulator 1, 2, 3 steh ich. Dinger, ich bin dann. Es war nicht, ich hab die Runde. Ich hab. Dinger, ich hab' den Geht. Ich hab' den Glämmchen gesch predigt. Gitar!